classic cars ist jetzt hier ganz groß angesagt bei uns wir haben uns gedacht in letzter zeit aber die ganzen nagelneuen fahrzeuge bearbeitet und mit enorm viel plastik versehen und jetzt immer auf die idee gekommen mensch warum machen eigentlich nur neue fahrzeuge viele kunden auch gesagt mensch was ist denn eigentlich mit meinem classic car in dem fall was aber gemacht wir haben jetzt hier in 36 36 habe selber früher auch mal eingefahren das war mein zweites auto zeigen sie lange her den habe ich auch schon lange losbekommen aber hier haben wir wieder einen was haben wir den vereinen genau war ja 98 mit m paket original im paket original im paket wichtig im übrigen sage ich euch gleich wenn die anbauteile passen sollen bitte original klar weil wir müssen ja irgendwo uns daran orientieren und wenn dann irgendein chinese da irgendein paket stoßstange nachgebaut hat mal weniger gut mal gut dafür können wir natürlich nichts sagen also es kann gut sein dass es bei einer nachbau stoßstange klappt kann aber auch gut sein dass es nicht klappt ist keine garantie dafür aber hier mal ein schönes original im paket können wir im übrigen auch in den breiten zierleisten erkennen an dem m logo erkennen und ansonsten wenn die nämlich hier schmal und hätten auch nicht hier die lippe dran und solche späße auch diese geschwungenen schweller und 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 das sind ja so diese markanten punkte wo der 36 als m paket zu erkennen ist oder eben auch der original m3 dort wird es ja dann letztendlich auch passen oder genau das ist gleich richtig wir haben vor bei dem auto kaps border lippe eine die und her die original m lippe drunter gemacht wird damit wir die lippe ein bisschen vergrößern können die fläche hier vergrößern können das ganze ein bisschen aggressiver wirken lassen können dann haben wir seitenscheibenblenden genau wir haben hier das coupé wunderschönes coupé und da hinten die seitenscheibe die hat ja auch gar keine weitere funktion außer mal schön ausgestellt zu werden ich glaube das haben die heutigen autos gar nicht mehr dann haben wir einen heck ansatz zum stecken in dem fall der wird auf den original heck ansatz hier hinten auf gesetzt eingeschoben macht so ein bisschen so ein dtm optik würde ich jetzt mal behaupten ja hey flügel so eine art bürzel heckscheibenblende genau was haben wir noch ganz wichtig und mega geil katzentreppe kennt er vielleicht das ist diese verschattung auf der heckscheibe für 36 coupé schaut echt super cool aus und auch das besondere daran aus abs kunststoff somit alle oberflächen und somit müsste da nichts aufwendig lackieren weil bedenkt bitte all diese gfk katzentreppen die es da irgendwo zu kaufen gibt da können wahrscheinlich 1000 euro erst mal lackierung reinstecken weil das ist richtig teuer sonst war es das erst mal kann sein dass man vielleicht in der videoreihe oder während der videoreihe uns noch was einfallen lassen oder noch mal was nachschieben genau jetzt geht es erst mal an die kapspoiler lippe genau die autos haben ja schon ein paar kilometer runter das sind die stoßstangen schon ein bisschen krumm die kunststoffe die haben schon gearbeitet da ist eine vernietung einfach das sinnvollere da geht es mit 3 m klebeband vielleicht auch aber eher schwierig was müsst ihr als vorarbeit machen ganz wichtig wenn hier unten irgendwelche schrauben raus schauen egal ob es original oder netz sind oftmals packst man da vorne noch mal irgendwas nach wichtig hier eine saubere glatte anlagefläche also die schrauben die hier in dem bereich aber eingearbeitet sind braucht er natürlich nicht raus machen weil die stören ja in dem fall nicht aber die spoller lippe soll natürlich schon plan anlegen im idealfall natürlich mal kurz vorher dran halten so schaut gut aus das heißt wir mitteln den jetzt aus und dann bauen wir da die löcher durch soll die lecher haben wir jetzt vorgebohrt wir haben hier natürlich entsprechende aerodynamischen abtrieb regeneriert durch das verlängern der spoiler lippe das heißt hier drücken kräfte drauf wenn ihr eure schrauben zu weit hinten platziert dann drückt das nach unten es entsteht ein spalt der spalt wird immer mehr und irgendwann reißt die spoiler lippe ab das nennt man physik und das lässt sich leider nicht ändern gerade bei diesen ausladenden teilen so weit wie es geht vorne die löcher machen und soweit es geht eben vorderen bereich die nieten einsetzen in den bereichen wo wir kaum spoiler fläche haben da kann man auch mal weiter hinten eine niete setzen das ist nicht ganz so tragisch weil wir hier nicht diesen anpressdruck haben lasst euch zeit beim ausmitteln der spoiler lippe wir machen sie jetzt hier gerade da passt es wunderbar ist jetzt super an dann machen wir uns hier so ein crepe dran und dann brauchen wir die löcher im endeffekt schon durch viele werden sich denken die sind vielleicht zu lang genießen sind weil die niete hat die zieht sich ja dann noch zusammen und da kommt auch nichts oben raus wenn er das richtig gebohrt habt ist natürlich wichtig beim bohren vorsichtig so wie es jetzt hier der kollege macht ist ja schließlich sein auto und das war natürlich schwarz klar hochglanz kunststoff aber die schutzfolie noch drauf die hätte man mal vorher weg machen soll also bitte daran denken schutzfolie in dem fall vorher mal weg machen ansonsten wird eine fummeltige arbeit so nach längerem hin und her gefummelt die schutzfolie ist langsam draußen also bitte denkt dran schutzfolie vorher runter ganz wichtig denn es nicht so einfach die dann raus zu ziehen ja ich hoffe euch hat das video gefallen wir werden jetzt das eine oder andere klassiker in angriff nehmen hier in dem fall die 36 und bleibt am ball denn ihr wisst ihr ja ich habe bereits gesagt es kommen noch andere anbauteile ja in dem fall die kapspoller lippe ihr seht passt super zum fahrzeug schwarz hochglanz ihr könnt ihr alle anderen varianten nehmen würde mich freuen für einen daumen hoch und ja bis demnächst sehr sehr